Okay So, wir sehen euch heute mal schöne Grüße aus dem Pool. Es ist arschkalt hier, würde ich sagen. Aber trotzdem habe ich nur aufgrund der Sonne richtig schön die Murbel schon verbrannt. Was ich euch eigentlich sagen wollte ist, denkt dran, dass ihr auf meine Seite geht bei Facebook. The Prince Music Site. Euch dort eintragt. Denn wir brauchen 2500 Fans. Sobald wir die haben, können wir den Download-Link auf die Seite stellen. Dann könnt ihr gewinnen die absolute Mega-Traumreise nach Hollywood. Ihr gewinnt eine 7-tägige Reiseübernachtung im Fünf-Sterne-Hotel Hyatt Village in the Plaza. Avenue of the Stars ist ca. 1,5 Kilometer vom berühmten Rodeo Drive entfernt in Beverly Hills. Ihr gewinnt ein Meet & Greet mit mir. Ein Abendessen im Mr. Show Promi Restaurant. Ja, vielleicht kriegt ihr auch noch den einen oder anderen Hollywood-Star. Wir fahren zum Rock of Fame nach Hollywood. Wir fahren an dem berühmten Beach Malibu, wo Baywatch gespielt worden ist. Und das war es eigentlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr habt auch viel Spaß. Ich weiß, Winter ist nicht gerade so gut in Deutschland. Aber naja, deshalb bin ich ja hier. Okay, bis dann. Ciao.